Ein herzliches Willkommen zu LS22 hier im Projekt Farmers Tagebuch. Ja, es geht wieder weiter. Wir sind immer noch dabei beim Heu machen. Es wird uns noch eine halbe Folge aufhalten. Und dann würde ich einfach mal da rauf fahren. War schon länger nicht mal oben da bei der Höhle. Das lässt man jetzt gar keine Ruhe noch. Würde ich irgendwie noch unterkriegen. Haben wir dann auch hier Kunden da oben. Vielleicht kann man sich dann auch gleich das Feld 10 oben anschauen. Ob das recht schön groß ist. Dann mal mit der Stadt reden. Oh, wie ich mich das vielleicht da oben organisiere. Und dann erstmal nicht gegen den Bampfer. Und oben das dann kaufe. Wenn wir mal schauen, was das kostet. Dann muss ich mal ein bisschen hinsparen. Momentan kommen wir noch aus. Momentan reicht es noch, wie es jetzt läuft. Aber naja, der Zukunft will ich gucken. Vielleicht baue ich da oben auch noch einen zweiten Stall hin. Das wäre nämlich dann auch nicht schlecht, weil dann können wir vielleicht auf zweimal Kühe gehen. Flo wollte auch noch in Kühe investieren, was ich weiß. Wenn es bei dem soweit ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der ist ja am Vorbereiten alles. Ja, dann hätten wir dann einen Haufen Zeugs. Das wären dann ein Haufen Kühe. Also mal gucken, ob es noch irgendwas in einem anderen Stall mäßig noch was gibt. Da war doch irgendwo noch was, oder? Katalog nochmal schauen. Da war doch noch was bei den Zieren. Kühe. 240, 240. 240, nee, das ist das Höchste mit 240. Ja, Kuhstall mit Freilandhaltung. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Guckt euch das an. Kuhstall mit Freilandhaltung. Und Fütterungsroboter. Schön. Schweinestall. Kann man da mal gucken. Oh, 324 Tiere kannst du hier reinpacken. Freilandstille macht doch 324 Tiere. Wir haben ja schon einen Haufen Zeug, gell. Na guck, fahren wir mal das Heu noch ein. Aber es meint ja, was da alles zum Arbeiten ist. Bei 324 Tieren. Da kannst du arbeiten. Und machen und tun. So, Heu geht betrachtlich mehr raus. Gras geht nicht so viel raus, aber Heu geht verdammt viel raus. Der Weg wird auch ein klein wenig weiter, weil ich jetzt noch bis ganz hoch muss. Was so direkt zum, äh, Dings sind, zum, äh, Dings sind, zum, äh, Lager. Und das ist nicht so viel raus. Okay. So, let's go. Ah, daute ich mir. Das dachte ich mir, dass ich da oben nicht hinkomme. Ah, der ist ja wieder. Einfach mal mitgerupt, bisschen Spaß muss einmal sein. Einfach mal mitgerupt. 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 Das Förderband müssen wir noch heimfahren, unbedingt. Das können wir noch heimfahren. Einfach mal mitgerupt. 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 So, haben wir nochmal aufgestockt und dann werden wir uns jetzt definitiv ein 900er so haben wir uns jetzt hier wieder aufgestellt. Und felförreit. Vielen Dank. Vielen Dank. Was wir alles für Farben wählen können. Genau. Auspuffabdeck und Chrom. Nee. Die Felgenfarbe. Schwarz könnte man machen. Ja, das passt. So, den holen wir uns jetzt einfach. Dann lassen wir in Höfe fahren. In Formanort. Kommt der hinten? Ja, da hinten kommt er. Ja. 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 Der war schon da. Ah, da ist er oben. Aber wir verhauen da oben die Brücke. Stichstoff schlecht. Ich kann mir leider noch den Dünger holen. Können wir gleich testen, das Ding. Und ein Kalk. Ein kälter Kalk. Oh, Gewicht brauchen wir noch. Jetzt sehe ich gerade. Hier in der Maschinen. Wie sieht das aus aus? Ich habe hier gesagt. Die Brücke ist in der Mitte. Ich fange hier an. Ich habe eine Maschinen Taipe. Ich nehme hier ein. Ich nehme hier an. 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 So, da reicht ein kleiner Riss. So ist klein, so klein ist die Sonne. So. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.